Hallo, ich hoffe euch geht's gut. In meinem heutigen Video wird mein Freund, also Jonas, der da sitzt, meine Outfits bewährt bzw. meine Klamotten, die ich bei Amazon bestellt habe. Ich habe nämlich im Wert von 500 Euro ganz, ganz viele meiner Meinung nach sehr, 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 sehr coole Sachen bestellt. Und ihr findet natürlich wie immer alle Links zu allen Sachen in der Infobox. Also da könnt ihr definitiv mal vorbeischauen, wenn euch irgendetwas interessiert. Da erfahrt ihr dann auch die Preise und auch in welchen Farben es die Sachen auch gibt. Den meisten Sachen, die ich gekauft habe, gibt es natürlich auch noch in anderen Farbenvariationen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Es würde mich sehr freuen. Einfach nur auf den roten Abonnieren-Button klicken und hinterlasse dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ich weitere Teile von diesem Videoformat hier drehen sollte. Denn das habe ich ja schon mal eine Zeit lang gemacht und dann jetzt irgendwie nicht mehr. Und jetzt fange ich quasi einfach wieder an. Und jetzt hat Jonas sich verschluckt. Und wir machen jetzt weiter, beziehungsweise fangen erst mal an mit dem eigentlichen Video. Das Oberteil hier habe ich eben bei Amazon gekauft und das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Vor allem der Stoff. Und Jonas kann jetzt mal bewerten. Ja, die Stimme der Wahrheit. Ich finde das ein sehr schönes Oberteil. Steht dir. Ich finde es einfach cool. Kannst du ihn tragen. Passt. So sieht man das Oberteil auch mal richtig. Ja, die finale Benotung. Eine Eins. Direkt am Anfang eine Eins. Guter Start. Okay, beim nächsten Oberteil habe ich das Gefühl, ich verschmelze mit der Wand, weil das ist weiß. Und ich bin aktuell ziemlich käsig. Deswegen bin ich gerade auch super weiß. Aber wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich gerade im Urlaub und werde ganz, ganz... Jonas! Er macht die ganze Zeit hier leer! Und werde ganz, ganz fleißig Urlaubsbilder posten. Also, falls ihr das sehen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne bei Instagram vorbeischauen. Ich heiße da Xletter und es würde mich sehr freuen. Und übrigens, das Oberteil finde ich so, so schön, dass ich mir das auch nochmal in schwarz gekauft habe. Also, wie gesagt, wenn ich etwas mag, dann kaufe ich das meistens immer direkt in mehreren Farben. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß gerade gar nicht, ob es das noch in anderen Farben gibt. Aber wie gesagt, es ist in der Infobox verlinkt. Falls es das da noch in mehr Farben gab, dann werdet ihr es sehen. Übrigens fällt es ein bisschen locker aus. Also, bestellt gerne eine Nummer kleiner, falls ihr es haben wollt. Joa, ich finde es eigentlich ganz schön. Könnte ich es mal bitte haben? Nein, das ist noch nicht. Nein? Ach, Jonas, ist gerade Marshmallows. Hey! Die Benotung, bitte. Ich finde es eigentlich sehr schön. Es ist halt sehr basic. Von daher... Das soll ich zum Grunde ziehen. Schön. Also, zwei plus. Was gefällt dir? Besser, weiß oder schwarz? Das glaube ich egal. Mach ich keine mehr. Weiter geht es jetzt mit dem nächsten Kleidungsstück. Und ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen nach hinten, damit ihr euch das mal genauer anschauen könnt. Das ist ein Pullover. Ihr habt euch auf Instagram für diesen Pullover hier entschieden. Also, ich habe euch gefragt. Und die meisten wollten den hier. Ich hätte euch auch noch so einen ganz anderen grauen Pullover gezeigt, der jetzt nicht von irgendeiner Marke ist. Aber ihr wolltet den hier. Deswegen habe ich den dann jetzt bestellt. Ich habe ihn eben, wie gesagt, in einer sehr, sehr lockeren und großen Größe gekauft. Dass man ihn rein theoretisch auch einfach mit einer Leggings tragen kann, weil ich sowas sehr gerne trage. Und er ist übertrieben bequem und weich. Und Jonas kann ihn jetzt bewerten mit seinem Marshmallow. Nein, der ist jetzt mir. Nein, ich möchte ihn nur zeigen. Das ist der Marshmallow. Ja, darf ich jetzt wieder? Also, der Pulli kommt ganz eindeutig aus der... Das gibt eine schlechte Bewertung. Kommt ganz eindeutig aus der Zeltabteilung. Oh, oh, what? Und die kannst du von mir aus auch als Winterjacke tragen. Oh, whatever. Außerdem sind Klamotten nicht cool. Ich liebe das. Nur weil eine dicke Marke drauf ist. Hallo? Das haben meine Zuschauer entschieden. Finde ich halt nicht so. Höh? Note? Drei. Oh, von mir kommt eine Eins. Der ist super. Superschön bequem, superschön weich. Ich habe einfach nur ein brauer Pulli und viel zu groß. Lassen wir ihn labern. Weiter geht's. Das Oberteil hier liebe ich total. Das gab es einmal in schwarz und auch noch in grau. Und ich habe mich dann für das Graue entschieden, weil ich solche in der Art schon in schwarz besitze. Und ich finde es einfach nur so, 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 so schön. Das hat hier vorne diese Schnürung. Das ist übrigens auch ein Body. Und Jonas kann das jetzt benoten. Fällt mir sehr gut. Hat so ein bisschen was Besonderes, dadurch, dass hier diese Schnüre vorne sind. Fällt mir sehr gut. Das ist eine Eins Minus. Eins Minus. Ich hätte dem schon eine Eins gegeben. Und ich hätte das hier übrigens auch kombiniert mit dieser Hose hier. Das ist so eine dunkelblaue, so leicht Seidenstoffmäßige Hose. Die hat hinten auch noch so eine gefängte Tasche und hat hier so ein bisschen Spitze. Ist eben dunkelblau. Und die wirkt einfach so qualitativ hochwertig. Auch wenn sie einfach übertrieben günstig war. Das habe ich gar nicht erwartet, als ich die Bilder gesehen habe und mir die bestellt habe. Weil die einfach wirklich sehr, 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 sehr cool aussieht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es meine Lieblingshose wird. Gab es auch noch in schwarz und ich glaube, ich hole sie mir auch noch mal in schwarz. Ja, ich glaube, die ist sehr schön. Note? Passend zum Oberteil in der Eins Minus. Okay, Eins Minus dafür. Wir machen weiter mit diesem Pullover hier. Und ich gehe wieder ein bisschen nach hinten, dass ihr ihn sehen könnt. Und der ist einfach in so einem Newton, ein bisschen länger geschnitten. Sehr, 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 sehr locker. Ich glaube, das wäre so ein Pullover. Den könnte man irgendwie tragen, wenn man schwanger wäre oder so. Bin ich nicht, ne? Aber ich finde ihn sehr schön. Erstmal finde ich das super, dass du direkt mal Gerüchten präventiv vorbeugst. Das ist ganz toll. Oder bin ich doch? Den Pullover finde ich zum Beispiel schon deutlich schöner als diesen grauen... Hörst mich um ihn. ...Mantel davon heben. Ja, finde ich schön, ne 2. Ach, nur ne 2. Das nächste ist diese Strickjacke hier. Und ihr habt euch für diese Strickjacke hier entschieden. Ihr hattet nämlich die Auswahl zwischen 2. So sieht sie aus. Hier hinten ist das Licht übrigens immer so richtig schlecht. Also, mega geil. Auf jeden Fall, sie ist sehr lang, sehr, sehr locker, super bequem zu tragen. Jetzt nicht wirklich figurbetont, aber ich mag sie. Sieht lame aus. Note? Eine langweilige 3. Wuhu! Wuhu! Jonas! Ja, was denn? Ah! Das ist halt ne Strickjacke. Vom Wohlfühlfaktor definitiv ne 1. Von der Optik her würde ich, glaub ich, auch nur so ne 2 minus geben. Das nächste, was ich gekappt habe, ist ein Morgenmantel. Auch wer mich kennt, der weiß, dass ich Bademantel und sowas total gerne mag. Und dann hab ich diesen hier entdeckt. Der war nämlich relativ stark rabattiert. Deswegen hab ich mir gedacht, den hol ich mir. Und der hat hier so mega schöne Spitzen. Mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut. Und so sieht er übrigens aus. Er ist nicht so lang. Also geht so über die Knie. Und hat hier noch so pinke Details. Finde ich schön. Das ist 2 plus. Wuhu! Finde ich schön, denn das ist 2 plus. Ja, also ich soll jetzt nicht die Aussage sagen. Also... Wuhu! Die nächste Runde ist so ein bisschen was anderes. Und so hab ich mir einige Bralets gekauft. Und Jonas kann jetzt mal bestimmen, welchen er am schönsten findet. Beziehungsweise auch nochmal einzelne Noten geben. Das hier ist der erste. Den trage ich gerade auch schon. Und da habt ihr abgestimmt, dass ich den hier kaufen soll. Ich bereue jetzt ein bisschen, dass ich den in einer Nummer zu groß gekauft hab. Ich hab jetzt M gekauft und ich hätte, glaube ich, definitiv eine S holen sollen. Weil es eben ein Ticken zu locker ist. Und die anderen Bralets, die ich gekauft habe, sind einmal dieser hier. Das ist in so einem Türkis-Mintton. Den finde ich sehr, 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 sehr schön, wie ihr euch das eventuell denken könnt. Ich mag einfach diese spitzen Bralets, die hier eben nochmal so ein bisschen tiefer gehen. Dass man hier am Bauch einfach nochmal so ein bisschen spitze hat. Finde ich total schön. Dann haben wir auch noch hier diese beiden Modelle zur Auswahl. Das ist einmal ein weißer von Calvin Klein. Der gefällt mir auch sehr gut vom Schnitt. Vor allem hier die Träger sind einfach so ganz dünne Spaghetti-Träger. Und ich glaube, der würde auch wirklich sehr, sehr schön sitzen. Und dann habe ich auch noch diesen hier bestellt. Das ist auch ein Calvin Klein. Ne, nicht Calvin Klein. Wie hilfiger. BH, Sport-BH, Bralet, was auch immer. Der gefällt mir von hinten auch sehr gut. Hat einen sehr, sehr schönen Schnitt. Also erstmal, welcher ist dein Gewinner? Ich helfe den grünen. Den hier? Ja. Er bezeichnet die Farbe einfach knallhart als grün. Das ist grün. Ja, aber es ist halt... Die Farbe ist so viel facettenreicher als grün. Einzelne Noten noch. Was gibst du dem, was ich trage? Speed-Notenrunde. Drei. Was? So, Hörde. Favorit. Okay, dann dem hier. Das ist eine Eins. Okay, und das hier? Eine Eins-Minus. Okay, und dann noch... Zwei. Zwei? Ja. Okay. Der nächste Pullover ist, glaube ich, mein Favorit von den eher herbstlichen Sachen aus diesem Video. Von vorne denkt man jetzt so, was zu hören, das ist ein sticknormaler Pullover. Aber er ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und zwar, schaut euch mal den Rücken an. Der ist hinten so ein bisschen überkreuzt oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich finde den so schön. Außerdem ist der total bequem. Und ich mag das einfach total, wenn Oberteile solche kleinen Details haben. Erst wollte ich den Pullover auch als schlinklangweilig bezeichnen. Ja. Aber, da er ja von hinten gar nicht mal so schlecht aussieht, ist dann doch eine... Das ist dieses so, wisst ihr, die Leute, die ihn nicht mögt, schauen auch sowieso nur von hin. Zwei Minuten. Eins. Safe. Dieses T-Shirt feiere ich einfach total. Das ist so ein bisschen mein Spirit Animal nur als T-Shirt. Und das ist einfach grau. Und dann steht drauf, out of idea. Das finde ich ultra cool. Ich hab das gesehen, wo du es so sofort durch das kaufen musst. Einfach wie eine glatte Eins. Nee, ist halt voll das langweilige Ipsos-Shirt mit so einem Alibi-Cool-Sprungshort. Zwei Minuten. Ah! Dieses Video ist einfach nur 10 Minuten lang, wie ich dich komplett verständnislos anschaue. Ja. Gibt es das Wort verständnislos? Klar. Uuuuuh. Das hat gerade so gemacht. Warte, das ist doppelt cooler. Ah. Weiter geht es jetzt mit diesem Pullover hier. Den finde ich perfekt zum Reisen. Der hat so ein bisschen so einen Schlafanzugstoff, aber auf gar keinen Fall irgendwie negativ gemeint, sondern einfach nur, er ist so bequem, deswegen komme ich da rauf. Und ja, den könnte man natürlich auch einfach so im Alltag tragen, aber der erinnert mich irgendwie so an Reisen. Das ist ein Zwei. Wow! Der bekommt ein Zwei. Und meine ganzen hübschen Sachen, dann nur so eine Zwei Minas oder Drei. Ja. Okay, gut, wenn du meinst. Und jetzt kommen wir auch noch zu dem Fail von dieser Bestellung. Ich habe mir diese Leggings hier bestellt, einfach nur, weil die wirklich super, super cool aus sah auf den Fotos online. Das sah natürlich auch so ein bisschen aus, als hätte die wie so einen Push-Up-Effekt am Hintern, weil hier einfach ein ganz anderes Muster ist. Plus, ich mag ja auch so Sechsecken sehr, sehr gerne, deswegen sind Sechsecke zum Beispiel auch bei New drauf. Ich dachte, das wäre einfach so meine perfekte Leggings. Ich glaube, es war auch One-Size, deswegen konnte ich jetzt nicht die Größe genau einstellen. Und die ist einfach viel zu breit. Also, wenn ihr euch das mal ganz kurz anschauen könnt, das ist so breit, ich weiß auch nicht. Ich würde da, glaube ich, fünfmal reinpassen. Könnte mir das hier so über den Oberkörper drüber ziehen. Ihr findet alle Links zu den ganzen Klamotten, wie immer, in der Infobox, da erfahrt ihr dann auch die Preise und welchen Farben es hier gibt, welchen Größen und alles Mögliche. Mir hat es wie immer sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, dieses Video hier mit Jonas zusammen zu drehen, auch weil Jonas hier die ganze Zeit nur Quatsch gemacht hat. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt! Hier oben bei dem i findet ihr noch einige Videos verlinkt. Schaut natürlich auch gerne bei der New Eye vorbei, falls ihr Lust darauf habt. Oder ihr könnt euch noch eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Das ist einmal das letzte Video, in dem Jonas meine Outfits bewertet hat. Und hier drunter findet ihr ein Video, in dem ich mir mein Make-up unter dem Mikroskop angeschaut habe. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!